Das Glatze-Main erstmal der Plan. Nee, so im Februar, März, Ende Februar, ist Haartransplantation das Ziel. Aber jetzt gibt es da auch Schwierigkeiten wieder mit der Gruppe. Wir würden es am liebsten alle zusammen machen. Der eine hat ein Placement bei denen geboten, der andere da. Bei dem einen ist die Qualität besser, aber die anderen bieten mehr Geld. Jetzt haben wir schon fünfmal die Termine hin und her geschoben, weil es schwierig ist, wo es allen passt. Und ich tritt da schon stark zurück, aber ich hoffe, das klappt. Notfalls fahr ich da mit. Ja, ja, Sascha, Inscope und Spendi. Carsten wollte, Marc wollte, ja stimmt. Marc hat noch volles Haar. Ich glaube Marc Gebauer, nicht Marc Eggers. Marc Forster. Ja, ja, ich überlege mit Marc Forster Haartransplantation zu machen in Istanbul. Wir müssen doch nur noch einen Termin finden. Chef Stroh mit Marc Forster und ich machen wir dann ein Trio. Machen wir geile Vlogs und so. Gehen da lecker essen, bisschen Sehenswürdigkeiten anschauen. Es wird eine richtig geile Zeit mit Chef Stroh und Marc Forster. Hoffentlich kriegt Marc Forster bald sein Fortnite-Ingame-Event. Oh, hätte ich da Bock drauf.